UNTERTITELUNG Wuuuhuuuh Ihr seid beide suspendiert. Noch Fragen? Könnte ich vielleicht mein Magazin zurückbekommen, Sir? Lüge mich nicht an, John Lennon! Ohne mich wärst du in einem Kinderheim gelandet. Vergiss das nicht! Ich hab rausgekriegt, wo deine Mom wohnt. Sie wird dir wehtun, das weißt du, oder? John! Das wird deinem Freund aber nicht gefallen, stimmt's? Er ist nicht mein Freund. Was ist er dann? Mein Cousin. Was fällt dir denn hin? Uns kurz unterhalten. Wenn du so weitermachst, endest du im Nirgendwo. Im Nirgendwo wohnen die Genies, Sir. Also gehöre ich da wahrscheinlich hin. Ich gründe eine Rock'n'Roll-Band. Ihr dürft in meiner Band spielen. Wir können doch gar nicht spielen. Ihr müsst nichts können. Wichtig ist, dass ich euch ausgesucht habe. Ich bin John. Paul. John, dein kleiner Freund ist da. Das ist mein Buddy-Holly-Look. Gut. Sind wir bereit, loszulegen, Jungs? Wenn wir das wirklich wollen, sollten wir eigene Sachen schreiben. Ich schreibe Sachen. Keine Songs. Eher Gedichte, weißt du. Tu eine Melodie dazu und du hast einen Song. Gut. Ich fahre nach Hamburg. Etwa mit deiner neuen Band, den... Oh, wie heißt die nochmal? Interessiert's dich? Oh. Ich fahre nach Hamburg.